Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 27.000 US-Dollar. Wir haben jetzt doch endlich mal ein bisschen Bewegung reinbekommen. Gestern hat es sich nicht gelohnt, einen Update zu machen. Am Sonntag hat es sich nicht gelohnt, einen Update zu machen. Es war einfach überhaupt keine Bewegung im Markt. Mehr Seitwärtsphase als sonst was. Unsere Long-Position läuft weiterhin. Also was hätte ich euch im Endeffekt jetzt noch erzählen sollen? Jetzt kam gestern Abend endlich ein bisschen Bewegung rein. Ein USA macht heute auch wieder auf. Heute Abend um 16 Uhr oder morgen. Heute Abend oder morgen um 16 Uhr spricht da noch Pole. Also es könnte auch wieder so ein bisschen Bewegung reinkommen. Deswegen lohnt es sich heute auf jeden Fall ein Update-Video zu machen. Bitcoin anzuschauen, Ethereum anzugucken, die Stocksmärkte. Ja, macht wenig Sinn. Schaut euch da lieber gerne den Wochenausblick an oder den Marktausblick, den ich am Samstag hochgeladen habe. Dort erfahrt ihr alles Wichtige zu den Stockmärkten und natürlich auch zu den Forex, US-Dollar und sowas. Schaut euch das gerne an. Ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt direkt durch. Lasst dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk-und-Signal-Gruppe rein. Schon wenn ihr Bock habt auf Updates, News etc. pp. kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung natürlich alles for free. Und ansonsten, wenn ihr noch eine Börse sucht, wenn es laden würde, gilt weiterhin das BingX-Registrierungsevent bei mir zumindest. Ihr kriegt den 20 und 30 USDT Free Trade einfach anmelden, Börse testen. Und wenn ihr dann immer noch sagt, okay, euch gefällt es nicht oder wenn ihr sagt, es gefällt euch, dann bleibt ihr da. Aber wenn nicht, dann geht halt woanders hin. Das ist einfach so ein kleiner Tipp von mir. Könnt ihr euch gerne einfach mal registrieren mit dem Link unten in der Videobeschreibung. Gut. Und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt aber direkt rein ins Video. Bitcoin bei 27.000 US-Dollar. Endlich mal ein bisschen Bewegung, nachdem wir jetzt am Wochenende gar nichts mehr so gesehen haben. Ging es jetzt heute Nacht oder gestern Abend schon los. Bis 27k, dann kam dieser Abverkauf, den ich kurzfristig mal geshortet habe, Stop-Loss-Entry gemacht und jetzt einfach wieder ausgestoppt bin. Ich sehe noch ein bisschen Potenzial zumindest nach oben hin. Wir haben, wenn wir jetzt mal den Traders-Reality-Indikator anmachen, der momentan irgendwie nicht lädt, keine Ahnung warum. Würde ich euch gerne aber zeigen, deswegen aktualisieren wir das doch nochmal ganz kurz. Vielleicht funktioniert es dann jetzt mal ein bisschen. Ach, das ist immer so dieser Vorführeffekt. Perfekt, haben wir nach unten hin noch einige Vector-Camps zu füllen. Deswegen hatten wir, ich glaube am Wochenende schon darüber gesprochen, die Marke 25.6, 25.5 ist noch so ein Bereich, den ich gerne nochmal testen würde, weil hier im Endeffekt die meisten Impulse reingekommen sind. Wir haben jetzt ein schönes Breakout aus unserer Psy-Range gefunden, beziehungsweise gestern dann mal vollbracht. Jetzt so am heutigen Tag haben auch das Daily Open hier jetzt noch bei den 26.800 US-Dollar. Ja, aber ansonsten so richtig dieser Impuls, der jetzt halt gekommen ist, den vertraue ich noch nicht so wirklich. Klar, wir sind jetzt beim RSI wieder im übergekauften Bereich, also wieder deutlich ein bisschen überhitzt. Wir haben eine Bearish Divergence auf den 1-Stunden, wir haben sie auf den 4-Stunden-Time-Frame. Also man muss hier schon ein bisschen vorsichtig sein, dass wir normalerweise ja diesen Fake-Move-Monday haben. Dadurch, dass die USA aber jetzt gestern zu hatten, könnte dieser Move halt heute im Laufe des Tages kommen oder jetzt schon passiert sein. Wir kriegen ja auch hier die ersten Vector-Candles rein, die das Ganze schon wieder versuchen ein bisschen zu stoppen. Ich sehe trotzdem noch Potenzial bis ungefähr 27.500 bis 27.700 US-Dollar. Warum? Dafür machen wir jetzt den Indikator einfach mal wieder aus, gehen in den 4-Stunden-Time-Frame und schauen uns das mal auf den größeren Time-Frames an. Wir haben hier oben noch so eine kleine Imbalance, das heißt Ineffizienz hier oben noch vorzufinden. Die könnte sich der Markt noch holen und wenn wir diese Imbalance einfach nochmal ein bisschen weiter rüberzählen, sehen wir auch, okay, wir sind hier an einem schönen Wendepunkt. Nicht nur diese grüne Box machen wir mal ganz kurz weg zur Übersichtlichkeit einfach. Man sieht es hier einfach so vergangenheitstechnisch immer wieder Support gewesen, aber auch hier deutlich, deutlich Widerstände. Und dadurch, dass der RSI jetzt deutlich, deutlich erhöht ist, müssen wir hier ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen warte ich jetzt gerade noch so mit einem Short-Setup für die Gruppe, dass wir hier hoch nochmal kommen. Einerseits natürlich, wir haben auf den 1-Stunden-Time-Frame bei Risch-Divergence. Auf den 4 Stunden versucht sie sich gerade hier wieder ein bisschen zu befreien, also dass die invalider wird. Ist alles für mich noch ein bisschen zu wenig, um jetzt hier ein bisschen Short zu gehen. Gestern Abend, der Impuls war Bombe. Warum? Schauen wir uns das jetzt auch mal gerade an. Ich habe es ehrlich gesagt nicht wirklich auf dem Schirm gehabt, aber trotzdem einfach mal zu zeigen, wir befinden uns derzeit perfekt im Golden Pocket. Das heißt, Golden Ratio wurde hier mehrmals angetestet, einmal, zweimal Liquidität rausgezogen und Abverkauf. Kein höheres Hoch, derzeit zumindest, mit der 4-Stunden-Candle könnte es jetzt ein bisschen interessanter werden. Aber dieser Order-Block befindet sich halt auch noch direkt hier im Golden Pocket drin. Also das ist der Bereich, da müssen wir drüber. Und ich kann mir eben sehr, sehr gut vorstellen, dass wir das Golden Pocket durchstoßen, Richtung 27,5 gehen und dann in diesen Bereich hier eben wieder drin schließen und dann Abverkauf sehen bis Richtung 25,6, 25,7 und dann wirklich einen impulsiven Move nach oben hin starten. Also es ist heute ein bisschen mehr oder ein bisschen mehr Feuer drin auf jeden Fall in der ganzen Sache. Wir müssen nur noch uns ein bisschen gedulden. Ich bin noch ein bisschen übervorsichtig, weil das hat auch den Aspekt, sollten wir jetzt hier in Short reingehen. Ich würde gerne Stop-Loss mindestens darüber, wenn ich sogar hier hinsetze und das sind 4%. Und das ist eindeutig zu viel, wenn wir im Endeffekt nur einen Trade eingehen, der uns im Endeffekt 4,8% bringen würde. Also das Risk passt nicht wirklich momentan da rein. Deswegen warten wir hier derzeit noch ein bisschen ab. Sollte sich dann aber in den nächsten Stunden auf jeden Fall ausgehen. Das heißt, sollten wir jetzt im Endeffekt wirklich hier hochkommen Richtung 27,5, werde ich auf jeden Fall einen Short-Versuch starten, weil sich dann unser Risk einfach deutlich, deutlich minimiert. Das seht ihr jetzt nur noch 1,78%. Das geht dann vollkommen klar, weil wir halt eben noch momentan diese Long-Position offen haben. Und dadurch, dass wir die Long-Position offen haben, können wir hier ein bisschen hatchen. Das heißt, wir haben ein bisschen Spielraum. Der Long-Entry ist ja hier bei 25.050, 25k. Also wir haben genug Luft derzeit, um das einfach mal anzugehen. Aber ich warte jetzt einfach noch ein bisschen ab, wie sich die nächsten Stunden jetzt erörtern. Außerdem um 14.30 Uhr machen dann die USA auf. Bin mal gespannt, was da dann für Bewegung reinkommt. Und ich würde mir einfach gerne diese Ineffizienz hier oben noch holen, um dann, sage ich mal, abzuverkaufen. Dann wäre, wie gesagt, das Ziel hier unten die 25,6. Wir können das gerne nochmal gegenchecken, so ein bisschen mit dem Fib-Retracement. Da sehen wir auch, okay, hier unten, Golden Pocket würde genau bei 25,7, genau an diesem WIG. Das heißt, wir würden diese ehemaligen, diese Imbalance teilweise füllen. Würde auch sehr, sehr gut passen. Und dann eben Golden Pocket auch. Es würde schon sehr, sehr viel Confluence in diesen Bereich reinkommen. Müssen wir auf jeden Fall mal beobachten. Aber das ist jetzt momentan das erste Mal so ein bisschen der Plan für uns. Dann gehen wir rüber zu Ethereum. Ethereum muss man ehrlicherweise sagen, wenn man hier ein bisschen hin und her switcht, wir haben schon deutliche Unterschiede. Also man sieht es auf den ersten Blick, wir haben noch kein höheres Hoch. Deswegen gehe ich hier auch derzeit von keinem Short aus. Also ich würde momentan die Tendenz eher bei Bitcoin belassen, dass wir erst einmal bei Bitcoin Short gehen und Ethereum erstmal beiseite. Warum? Wir haben noch kein höheres Hoch. Der Impuls hier sieht deutlich, deutlich schwächer aus bei Ethereum. Und wir haben über uns noch ein gigantisches Void. Also hier diese Ineffizienz hier oben, die geht bis ungefähr 1820. Und jetzt sage ich mal, das Hoch hier zu shorten, das wäre allein schon 3% Risk. Wir brauchen aber noch einen Stop Loss und das ist ein 5% Risk. Und das ist viel, viel zu viel, um hier irgendwie einen sinnvollen Trade aufzumachen. Wenn wir hier eine Long Position offen hätten oder wer sie offen hat, kann es dann eventuell hier probieren. Aber mir wäre es persönlich einfach zu risikoreich. Ich warte ehrlich gesagt eher darauf, dass wir hier hochkommen. Ihr seht hier oben schon das Setup so ein bisschen angepinnt. 1819. Wäre so ungefähr der Entry mit einem Stop Loss hier oben bei 1862, um dann nochmal eine Gegenbewegung nach unten hin mitzunehmen. Sollte Bitcoin es wieder erwarten, doch sofort schon, sage ich mal, nach unten hin durchbrechen, dann sehe ich Ethereum natürlich hier unten, da haben wir auch letzte Woche schon mal darüber gesprochen, 1685, 86 in Richtung Golden Pocket, um auch hier die Ineffizienz nach unten hin zu schließen und dann auf jeden Fall den Long nach oben hin mitzunehmen. Das ist so jetzt erstmal so der grobe Fahrplan, Bitcoin, Ethereum derzeit. Das sind auch die zwei Setups, die ich momentan im Kopf habe. Bitcoin, wie gesagt, läuft, Short würde ich gerne eröffnen. Ethereum kommt wirklich drauf an, welche Bewegung zuerst kommt. Kommen wir hier hoch, dann auf jeden Fall einen Short, gehen wir hier runter Richtung 1680 rum. Dann würde ich auf jeden Fall erstmal eine Long Position eröffnen, weil für mich das Sentiment momentan vom Markt eigentlich relativ bullish ist. Wir erwarten wenig News. Natürlich, Pole spricht, 16 Uhr. Das ist aber so das Einzige und ansonsten gibt es momentan nicht wirklich viel, wo wir jetzt im Endeffekt drauf eingehen könnten. Gut, dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Es gibt derzeit auch keine wirklichen News. Ansonsten schaut natürlich gerne bei CryptoGuru vorbei. Wir können mal ganz kurz gucken, ob es irgendwelche News gibt. Natürlich, Fidelity beantragt nach BlackRock möglicherweise auch noch ein ETF. BlackRock und sowas haben wir am Wochenende schon darüber berichtet. Aber ansonsten ist es relativ ruhig am Newsmarkt. Deswegen hoffe ich jetzt mal, dass heute mal ein bisschen mehr Bewegung reinkommt. Schauen wir einfach mal. Und ansonsten, Long Position wird hier unten auf jeden Fall dann in diesem Orderblock bei 25,6 vergrößert. Dann war es das. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen, gerne bei BingX anmelden. Das war es von mir. Eventuell hören wir uns heute Nachmittag nochmal, weiß ich aber noch nicht. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer, stay quick.